ja hi grüß dich nach dem ja ich würde mich rasieren und ich zeige euch mal wie ich immer mein bad machen weil viele leute fragen mich ja wie machst du das okay ich zeige es euch mal jetzt sind wir mal gespannt nach dem akta wird uns jetzt zeigen wie er sein bad rasiert immer ohne schaum ohne schaum der wasser einfach mit wasser und halt ein das hier einfach okay und dann macht man am besten erst mal den hals bereich weg machen so jetzt gleich wo man halt bad macht immer auch eine schöne ausstrahlung dabei aber man merkt schon vom bad her meine adidas bad nenne ich das halt weil drei striche wie adidas ja stimmt wie adidas so auf der anderen seite auch am hals erst mal anfangen halt immer unten die linie halt gerade machen hier kann man sehr gut erkennen auf der seite ist ja schon fertig ja alles gerade ist so war und dann nach dem was machst du nach dem hals wo bekommst du dann dann die mitte oder was nein dann fangen wir mal hier denn hier unten ah ok in die erste hier in die erste streiten heute drin ah ok so so siehst du ja das ist schön ja passt das passt ja so was ja und dann da oben noch so wie sind sie auf die idee gekommen in so drei streifen oder halt wie bist du auf die idee gekommen ich hab gedacht man muss was neues machen halt nicht immer das ich hab also selber ein punkt ja ja dann machen wir halt danach fängt man beim zweiten mal ja dass man drei streifen hat mhm dass man drei streifen hat dann halt da oben jetzt dann auf den dritten streiten oben alles weg dass man den streiten erkennt man sieht man schon langsam so cool ja dann machen wir auf der anderen seite das gleiche ja du bist ja auch ein entertainer als dringend anzen war nächsten mal vorbild auch eigene sachen das machst du ja schon auch lange über zehn jahre bestimmt angefangen mit tanzen mit elf und dann halt den zeit so weiter da oben noch wieder das gleiche ja die dritte letzte streiten noch so und dann kann man halt dabei hat immer mein bad hier weg aber manche können auch lassen wenn man will ich hier oben war den schnurrbart mal immer weg oder immer weg weil bei mir weil ich habe als tolles Ziel dass ich das nicht habe so so letzter Schliff noch fertig so cool also ich bedanke mich nach der wünsche ich schöne abend noch so war cool danke fürs interviewer also ciao 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 ciao